Hahahaha, immer landen wir auf dem Schiff. Ja, willkommen zurück, Ui. Weiter geht's in einem wilden Galaxie-Gemetzel und der Tepoz, der Tepoz. Mario! Mario, ich habe einen sonderbaren Bild für mich. Ich habe deine Abenteuer durch die verschiedenen Galaxie mit Interesse verfolgt. Ich schicke dir ein Teil der Kraft, die dir eine kostbare Person für dich geredet hat. Lass dir mit Bedacht ein. Der Brief hat ein paar Zufüge bei gefügt. Acht Stück. Der hat seine Chance, sich sehr verbunden zu fühlen. Könnte es jemand von einer anderen Spielerteile sein? Alter! Die beschützt mich ja hier auch mit Energy. Da gehst du hier rein. Wisst ihr was? Das war die verlorene Welt. Die mache ich einfach mal nach. Dumm, dumm, dumm. Dumm, dumm, dumm. Da, die große Baumrutsche. Das ist der verlorene Stern. Ja. Dann mache ich einfach nochmal für euch. So ist... Entschuldigung. Für den ganzen Fail gedöhnt. Jippie. Koffi macht es nicht nur eine Scheiße. Schnacks. Dumm, 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 dumm. So, Freunde. Ich bin ein Drei-Sprung geschaffen. Nein. So. und drauf wird so das ist der verlorene stern oh mein gott das ist so geil das haben die gut gemacht na fast geschafft okay war ich die von schittiger letztens gehört einen anderen netz player aber jetzt habe ich es nicht vergessen so sie doch doch mal oh einmal geschafft du würdig mutig wie boku nimmt so wohl dafür ja danke ja das war doch mal dafür dass ich das gefehlt habe noch mal in durch sport zeit geschafft so dann werde ich das problem auch jetzt behoben endlich mal scharbe nackt komme ich bin böse ich bin mehr so so freunde hier war mir also gehen wir mal rein du komm mal mit ihr an worten denn dann fülle ich den typ noch mal so ein garmer du musst du solltest ein bisschen besser füttern bevor er geklingelt hast du mir ein paar gerenteile für mich ich habe sein hunger auf sternteile gibt bin ich Eyebron pop 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 ich bin so voll na gut das wollen wir mal gabanloh mann wo Genki da war oder kaum mehr na neugierig wurde geboren cool erforschen Tic Tac Galaxie einmal kurz rein schnuppern Tic Tic Silberstern ne Tic 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 Silberstern oh mann what the fuck es switcht also oh ok Tic 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 T Oh yeah, das war gut. Nein, nein, du, 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 du. Boah, ich habe noch kurz davor gesaved. Oh, du, 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 du. Du, 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 du. Du, 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 du. Nein, 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 wie Scheiße. Boah. Das ist doch ... Alter, Rapat. Wieder voller Action-Spannung. Oh Gott. Du-du-du-du-du-du-du-du. Du-du-du-du-du-du. Du-du-du-du-du. Ui Ui Bam Wow Cool Kommen wir nicht mitzielen Oh Gott Egal, da haben wir jetzt mal den Scanner Den da da oben her Auch kein Tick-Tick-Tick mehr Nein Vergiss es Boah, wieder den Tod Beinahe wieder gejumpen Oh yes, baby Hehehe Wuhuu Yeah Tick-Tick-Silbersteh Commitments erhalten Bling Bling-Bling-Action Boah, immer kometen Nein Ich werde nicht einsammeln Nein, werde ich nicht Mario ein Brief für dich Aufforderung schnell 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 Machen eine Wettflug Einen Gleitzflug gelöpft Sei kein Frosch Sei kein Frosch Hehehe Nein, nicht fliegen Nein, nein Aus, aus, nein Nein Nein, 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 nein Grusel-Letter-Galaxie Mach ich mit Luigi oder mit Mario Hm, naja Ich werde gegrubelt, werde gegrubelt Ja Mit Zwingern des Spuk-Korridors Ich mache es glaube ich mit Luigi, weil er ist ein bisschen nütziger Ja Und er läuft mal so cool Nom 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 Ja, gut, dann bis hier Schüttel wieder Da ist er, hallo, hallo Hallo Bruder, herzlich willkommen auf der Suche nach Porsche Ich kann nicht ablösen Also entscheide dich, wer von uns soll die ein Glück versuchen Ich habe meine Wüte, da fast leer Du, 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 du swear Wie süß Ey, die Lüte Wie so, wie eppich Da kam ein Aufzug Oder Fehl Wah... Was ist das...? Eine Gondel Oder irgendwie sowas? Voll bittere Musik Geh weg Woah Hau ab Ah Zu Tode gedudelt Er trut Zappelspieler Ja man wir werden schaffen kann schnapp sie die wir nicht schaffen ist von schon pokémon und das waren doch das war fies echt fies und das habe ich noch nicht ein paar aber kommen wir zurück das war doch nicht nötig sieben leben weg nückeln ein nückeln nückeln weiter sehen in weiter bekamen passagen uns durchzumogeln ja schön zwei sterne mein park mit luigi das gefällt mir luigi als co-moderator doof dass man nicht richtig spielen kann als player das ja auch gut vierter sternen richtig klasse oder herz lange nicht gesehen ich brenne darauf neu amteuer zu erleben also dass mich die ruhig helfen wenn wir mein nächstes mal da draußen sie ist bis später wurde herz bis später luigi wenn ich einmal den park den park okay apart und jetzt nix part weiter mit let's play super mario sunshine earth money galaxy 2 show